Ich heiße Eiste, ich komme ursprünglich aus Litauen und arbeite aktuell als Content-Managerin. Also für Anfänger, die halt eine Sprache lernen möchten, würde ich empfehlen, kurze Texte zu suchen oder auch Themen, die einen extrem interessieren, vielleicht in Richtung Hobby. Und ja, online heutzutage findet man super viele Möglichkeiten, viele Texte. Aber mein Tipp ist ja auch nicht vielleicht, also jedes Wort, was man nicht versteht, direkt übersetzen, sondern sich auf einen Kontext zu konzentrieren und falls dann ja irgendwelche Worte gar nicht klar sind, dann nachschauen.